So eine Wolkenwand kann ja auch nicht viel machen, die ist ja dann mehr auf den Wind angewiesen. Der Sonne sind die Hände gebunden. Ja, und der Wolkenwand auch. Diese Wolkenwand steht so wie sie steht kann aber auch verrückt werden durch den Wind. Aber es hat jetzt auch wenig geregnet in letzter Zeit. Es hat sehr wenig diese Woche gar nicht, glaube ich. Es ist viel gewesen im Garten. Oh ja, das ist ja schon wieder ein anderes Thema. Tomaten, äh, die Tomaten haben Durst. Meine Damen und Herren.